Servus meine lieben Leute zu Teil 12 der Euro 2016 Panini Sammelheftreihe. Heute packt man wieder 5 Booster Packs aus. Oh, da hat man ganz kurz meinen Kopf gesehen. So soll es natürlich nicht sein. Hätte ich rausschneiden sollen, aber jetzt ist es drin. Vollkommen egal. So, wir werden jetzt einen kleinen Sprung machen. Genauso sieht es aus. Wir haben ja alles ausgepackt und werden jetzt nach und nach das einfach mal durchgehen. Hier erst einmal das Logo, den Pokal. Mehr oder weniger, leider haben wir das doppelt. Aber kann man ja irgendwann tauschen. Von daher sehe ich da jetzt nicht das große Problem. Und deshalb springen wir gleich mal zum Gastgeber und haben da den ersten, nämlich Mangala von Manchester City. Der hat ja den französischen Pass, dazu noch den belgischen und den kongolesischen. Also drei verschiedene Pässe hat er. Finde ich total verrückt. Kabayé haben wir hier von Crystal Palace. Der spielt im Mittelfeld, gehört zur Stammformation. Schon bei der letzten Euro war er mit dabei und erzielte dort seinen ersten Länderspieltreffer. Sein erstes Tor für Frankreich. Den Herrn Shaqiri haben wir doppelt. Deshalb gehen wir weiter nach Wales zu Ashley Wilson von Swansea City. Vielleicht kennt man den ja. Bei der WM Quali 2010 hat er nämlich gegen Deutschland ein Eigentor geschossen. Gut, ist jetzt ein bisschen her, aber der Moritz, der wüsste, von wem ich da spreche. Jakub Blaschikowski, den kennt aber wirklich jeder Hammer hier. Spielt ja mittlerweile beim AC Florenz. Dann haben wir David Pavelka. Der spielt im Moment in der Türkei, ist noch relativ frisch in der Nationalmannschaft, aber ihm gehört auf jeden Fall die Zukunft. Mal schauen, wie es bei der Euro aussehen wird. Und Gökhan Gönül haben wir hier von Fenerbahce. Der ist für seine Flanken gefürchtet. Also da muss man wirklich aufpassen. Und die Fußballlegende Zico vergleicht ihn gerne mit dem ehemalischen brasilianischen Nationalspieler Cafu. Sagt euch hoffentlich auch noch was. Es sei denn, ihr seid sehr, sehr jung. Aber nein, Cafu sollte man kennen noch. Burak Yilmaz haben wir hier. Und der hält einen Rekord. Er ist nämlich der erste türkische Nationalspieler, der in vier spielenden Folge jeweils ein Tor erzielen konnte. Hier bei Kroatien Luka Modric von Real Madrid haben wir hier. Dann noch Alan Halilovic, den haben wir doppelt. Also schon in den dritten Doppelten heute. Dann bei Belgien haben wir Jason Denaya von Galatasaray Istanbul. Und er gilt als der neue Abwehrchef, weil ja Vincent Kompany, der Capitano, sind wir auch hier im Bild, über ihm fehlt, verletzungsbedingt. Axel Witzel haben wir, über den haben wir ganz kurz vor ein paar Ausgaben gesprochen. Coole Haare und in seinem ersten Anländerspiel hat er schon ein Tor geschossen. Und das schaffen ja wirklich nicht viele. Dann haben wir hier Bonaventura, den Herrn Bonaventura vom AC Mailand. Er ist ein sehr guter zentraler Mittelfeldspieler und gehört zum Shootingstar des Jahres in Italien. Hier haben wir Giro Immobile. Ja, wir kennen ihn ja alle. Ach Gott, nee, da sage ich nicht, da lege ich mir nur ein Ei. John O'Shea haben wir hier. Hat sein erstes Länderspiel 2001 bestritten. Mittlerweile ist er 35 Jahre alt. Und hier sehen wir dann noch Richard Keogh. Keogh? Irgendwie so wird er ausgesprochen. Er spielt in der zweiten englischen Liga bei Derby County und da ist er Kapitano. Cedric haben wir hier, der in Baden-Württemberg, besser gesagt in Singen geboren wurde. Zwei Jahre später zogen dann seine Eltern nach Lissabon bzw. natürlich nach Portugal. Hier haben wir noch Nani und Bernardo Silva. Die haben wir doppelt. Deshalb gehen wir gleich mal weiter und bleiben trotzdem auf der Seite. Denn wir haben Ari Skullason und Johann Gmundson. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Ich sage es ja immer mal wieder. Man muss dazu sagen, die Isländer sind wirklich unbekannt. Und da sucht man im Internet immer weiter und immer weiter und findet einfach nichts. Aber wenn wir schon bei Johann Gmundson sind, jetzt habe ich ihn auch richtig ausgesprochen. Er spielt auf der Außenbahn und ist sehr, sehr offensiv ausgerichtet. Das war das, was ich über ihn gefunden habe. Dann haben wir hier Eidor Gudjonsson. Der wohl bekannteste Name der Isländer, gleichzeitig aber auch der älteste Spieler. In seiner Karriere spielte er unter anderem für Chelsea und den FC Barcelona. Und jetzt lässt er seine Karriere ausklingen. Hier haben wir Stefan Isanka von RB Leipzig. Und der hat ganz klar gesagt, ich will nicht in Österreich spielen. Beziehungsweise in Österreich. Also nicht für die österreichische Nationalmannschaft, sondern in Österreich. Die Liga ist ja auch ziemlich kaputt. Hier haben wir Lukas Hinterseer vom FC Ingolstadt. Hat noch kein Tor für die Nationalmannschaft geschossen. Vielleicht ändert sich das ja bald. Hier dann noch Ungarn mit Adam Nagy. Und der wird im Moment von Top-Teams wie Chelsea oder auch Liverpool beobachtet. Mal sehen, ob er seine Chance bei der Euron nutzen kann. Hier Gergö Lovrenziks, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe. Ich sage das oft, aber es sind wirklich verrückte Namen. Der sehr, sehr alt ist. Beziehungsweise sehr erfahren. So heißt es ja mittlerweile. Gut, das war es für dieses Mal. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe wieder. Ich wünsche euch was und ciao.